Kampschatka Es gibt die unglaubliche Menge an Vulkanen Es sind 300 Vulkane, von denen über 25 aktiv sind Es gibt irrsinnig viele Bären Es ist die größte Bärenpopulation weltweit Und was mit den Bären immer einhergeht, es gibt jede Menge Lachse Wir sind nach Kampschatka über Moskau geflogen Von da aus gibt es nämlich sehr bequeme Direktflüge Und wir sind angekommen in Petropavlovskir Nach einem sehr angenehmen Flug konnten wir uns dann noch die Stadt angucken Mit zahlreichen Kirchen, dem schönen Fischmarkt Wie wir bereits erwähnt hatten, gibt es ja sehr, sehr viel Lachs Den konnten wir da beobachten Außerdem hatten wir auch noch einen schönen Aussichtspunkt Von dem wir die gesamte Bucht, die Abatscher Bucht beobachten durften Und haben am ersten Tag tolle Bilder gemacht Von da aus sind wir dann aus der Stadtrundfahrt Direkt in unser Hotel Antarius gefahren In Parathunka liegt das Von da aus ging es dann weiter am nächsten Tag Bereits bei unserer Ankunft in Kampschatka hatten wir herrliches Wetter Das zog sich übrigens durch die ganze Reise Das wussten wir aber am Anfang noch nicht So dass wir gleich am ersten Tag vor Ort Einen Flug, einen Hubschrauberflug Ins Tal der Geysire gebucht haben Das Tal der Geysire befindet sich hier oben Und wir waren ja in Parathunka Das ist hier unten So und einsteigen in den Hubschrauber Man startet in Nikolajewka Das ist gar nicht weit wie man sieht Man wird direkt am Hotel abgeholt Zu diesem Hubschrauberflughafen gebracht Und das geht alles sehr professionell vonstatten Schon der Flug ins Tal der Geysire war für uns alle Wirklich beeindruckend Der Pilot hat sich viel Mühe gegeben Auch schöne Runden um Vulkane Spektakuläre Vulkane zu machen Wir konnten alle aus dem Fenster gucken Fotos machen, Filme drehen Von dieser unglaublichen Landschaft Geysire, rauchende Vulkane, Laberflüsse Dann aber auch immer abwechselnd mit grünen Landschaften Also das war schon sehr, sehr spektakulär Wir hatten dann eine erste Zwischenlandung An der Caldera Uson Das ist schon... Dort sieht man ein großes Becken Ja, eigentlich heißen Wassers Was man auch daran erkennt Dass da immer Wolken aufsteigen über diesem Wasser Da gibt es eine ganz spezielle Vegetation Interessanterweise sieht man dort Ganz häufig Bärenspuren Wir haben keinen Bären getroffen Die Spuren haben wir gesehen Die halten sich dort sehr gerne auf Hatten einen wunderbaren Rundgang Mit unserer Reiseleitung Und sind dann von dort weiter geflogen ins Tal der Geysire Auf Wiedersehen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Insel Richtung Ruskaya-Bucht und auf diesem Weg haben wir eine größere Kolonie Seelöwen gesehen. Junge Seelöwen, immer bewacht von älteren Seelöwen, die ja auch ihre Geräusche von sich geben, immer mal ins Wasser springen und sich wieder auf ihren Felsen retten. Also das hat schon Spaß gemacht, das anzuschauen und sind dann von dort weitergefahren, eben in die Ruskaya-Bucht bis ans Ende dieser Bucht. Dort liegt ein altes Boot, ausgemustert. Da konnten wir selber unser Boot verlassen. Es war auch immer noch möglich, auf diesem Wrack ein bisschen rumzuklettern und sich die Umgebung anzugucken. Es gab einen kleinen Wasserfall zu sehen. Ja, und dann haben wir unsere Rückreise angetreten. Auch auf der Rückreise haben wir wieder Orcas gesehen, wurden wieder verköstigt mit Fischsuppe und allem, was man sich so denken kann, Rotkäse, Wurst, Kaffeetee etc. Also das war wirklich spitze. Bis zum nächsten Mal. 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 Es waren drei Schlauchboote, die dort aufgebaut wurden, sehr große, sehr professionelle Schlauchboote. Ja, da wir ja eine Nacht übernachtet haben, war das gesamte Material, alle Zelte, auch wer brauchte Schlafsäcke, Wiebertmatten, das gesamte Küchenmaterial, auch ein Küchenzelt, alles was zum Kochen benötigt wurde, wir hatten alles dabei, inklusive in Wasser, inklusive in Wasser, unsere Rucksäcke mit unseren Rucksäcke mit unseren Dingen, die wir für diese zwei Tage benötigen. Und ja, dann wurden wir verteilt, wir waren zwei Gruppen, die waren, glaube ich, das waren hauptsächlich Russen, die dort mitgefahren sind auf dem einen Boot, unsere Gruppe hatte das andere Boot und dann gab es eben noch das Küchenboot. Und so sind wir gestartet, diesen Fluss hinab. Am ersten Tag gab es ein paar schnellere Passagen im Fluss. Wir haben bereits am Fluss Ufer Bären gesehen, denn auch im Fluss Büstralja gibt es natürlich jede Menge Lachse, die sieht man unterm Boot und neben dem Boot. Wenn man mal anhält, um mal wieder einen Tee und einen Kaffee zu trinken und ein paar Kekse zu essen, kann man immer Lachse beobachten. Man hat das Gefühl, man kann die mit der Hand fangen. Wir hatten uns dann einen wunderbaren Platz zum Zelten gesucht, bzw. unser Bootsführer hat den gesucht, der das Boot wahnsinnig sicher diesen Fluss hinabgesteuert, gegenüber von unserem Zeltplatz haben wir den ganzen Abend Bären beim Lachseangeln zugucken können. Also das war wirklich herrlich. Dann haben wir auch selber ein bisschen geangelt, auch wieder das Equipment wurde gestellt, wer nicht möchte, angelt nicht. Wer möchte, hat natürlich alle Möglichkeiten. Wir haben super tolle Lachse geangelt, die auch hier wieder sofort verwertet wurden für das Essen. Die wurden gegrillt, es gab eine leckere Fischsuppe. Die Küchenmannschaft war die ganze Zeit dort in Action. Die haben unglaublich sauber, ordentlich und mit ganz viel Liebe das Essen zubereitet. Wir hatten ja auch eine Art, ja, ein Küchenzelt, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber so eine Art Aufenthaltszelt im Groß, wo wir alle abends drinnen sitzen konnten. Da haben wir gemeinsam alle zusammengesessen. Wir haben die UNO-Regeln weitergegeben und hatten wirklich viel Spaß. Hatten dann nachts im Zelt tatsächlich noch auch Bären brüllen hören. Das ist schon ein interessantes Erlebnis. Ja, und sind am nächsten Tag weitergefahren. Der zweite Tag war ein relativ langes Teilstück auf dem Fluss, mit relativ vielen Stromschnellen auch. Da wurde es dann auch mal ein bisschen, ja, das wurde dann einfach ein bisschen schneller auf dem Boot. Hat richtig Spaß gemacht. Und wir haben noch mal wirklich viele Bären gesehen. Ja, ist vom Wasser aus ein wirklich beeindruckendes Bild. Ein so großes Säugetier, dass man sonst nur aus irgendwelchen Büchern kennt, wirklich mal live in seinem Lebensraum zu sehen. Ja, und dann sind wir durchgefahren und sind abends an Land gegangen und von dort, wo wir angekommen sind, wieder ins Hotel gefahren. Ja, und dann sind wir. 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 Ja, und dann sind wir auch noch ein bisschen begrenzt. Und irgendwie hat das auch was Verrücktes, dass da in der Natur Flüsse fließen und Seen sich auftun und alles ist warm bis wahnsinnig heiß. Genau, es dampft. Aus jeder, jeder Ecke und am Ende dampft es einfach. Und man setzt sich in den Fluss rein und so ein kleines Abgespättes. Und das ist komplett warm und angenehm. Ja, war eine tolle Reise. Also, ich würde das lebendig nochmal machen. Oder? Dann fahren wir noch nächstes Jahr wieder hin.